Wenn das Green zum Büro wird. Business Golf ist längst etabliert. Es gibt den Teilnehmern die Chance, abseits bürokratischer Zwänge und des Berufsalltages Geschäftskontakt zu suchen und zu pflegen. Ermöglicht grüne Geschäftsgespräche und kombiniert geschäftliches Erfordernis mit sportiven Freizeitgedanken. Immer mehr wertvolle Geschäftskontakte kommen auf dem Grün zustande, werden beim Packen und Pitchen gepflegt und im Clubhaus gefestigt. Golf for Friends ist eine dieser Business-Serien. Initiiert von Lange Assets und Consulting, wird Golf for Friends unter anderem von den Mobilitätsspezialisten Porsche Zentrum Hamburg und First Class Mobil gefördert und gesponsert. Die Serie findet in den Sommermonaten regelmäßig auf dem Golfgut Glinde statt und bietet Teilnehmern die Gelegenheit, sich in ungezwungener Atmosphäre auf Geschäftsführer- oder Inhaberebene auszutauschen. Dass dabei auch Ideen entwickelt, Kooperationsansätze diskutiert und Partnerschaften gefestigt werden, ist nicht zwingend erforderlich, aber möglich. Eben ein unkompliziertes und nicht verpflichtendes Networking, abseits des Schreibtisches im Büro, ganz abgesehen davon, dass man beim Golfen bzw. dem Ehrgeiz und der Verwissenheit beim Golfen auch Rückschlüsse auf die Unternehmensführung ziehen kann. Weitere Informationen zu den Sponsoren unter firstclass-mobil.de und porschehamburg.de Mm. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020